Der Gottesdienst ist dazu da, im Leben zu feiern, was in das andere Leben hinüberführt. Hier wird ein Stück aufgeführt, etwas inszeniert, was wir kennen. Zumindest kommt es uns bekannt vor, obgleich es um das Unbegreiflichste geht, was es geht. Um Unendlichkeit, um Ewigkeit, um Gott. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020